Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Where's the Flavor. Wir haben heute den 2. August. Heute ist der 2. August. Stefan hat schon gerade ganz fies gelacht. Weil du schon wieder die verrücktesten Ideen hattest. Du hast das gesagt. Du hast Ziegenhoden gesagt. Nein, das kam vom André. Das habe ich nicht gesagt. Aber du hast dreckig gelacht dabei. Weil ich das lustig fand. Freust du dich schon? Weiß noch nicht. Ich habe die versucht hier schon manipulativ zu behandeln. Aber sie sind stark geblieben bis jetzt. Eigentlich wie immer, oder? Hast du schon jemals was aus uns herausgekitzelt? Heute habe ich zum Beispiel aus dir herausgekriegt. Ich habe dich gefragt, wer das gemacht hat. Ich habe dich gefragt, ob das einer aus der Küche ist. Und du hast so lange überlegt, dass ich mir fast sicher bin, dass es einer aus der Küche ist. Weil dir keine Ausrede eingefallen ist. Sonst hättest du sofort gesagt, nein. Ah, auch der Stefan wird schwach. Ja, manchmal wird er vielleicht schwach. Aber vielleicht vertust du dich ja trotzdem. Vielleicht vertue ich mich, ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Bist du bereit, André? Ich bin auch bereit. André ist auch bereit. Dann würde ich sagen, lasst die Spiele beginnen. Ist es was Gebackenes? Muss ich backen? Weiß ich nicht. Das hört sich nach kleinem Geschirr an. Nach was hört sich das an? Nach kleinem Geschirr. Ja, sag ich doch. Das ist kleines Geschirr. Ist es eine Suppe? Kann ich dir das nochmal reichen? Ja. Ist das eine Suppe? Ja. So. Das ist eine Suppe. Das sieht aus wie eine Ochsenschwanzsuppe. Ja, das ist eine Ochsenschwanzsuppe, würde ich sagen. Und zwar keine gebundene, eine klare. Ja. Das ist eine Ochsenschwanzsuppe. Klassisch. Das hat ein Koch gemacht. Das hat ein Koch gemacht. Und zwar... Das werden wir ja gleich... Das hat ein Koch gemacht. Ja gut, okay. Aber... Was macht dich da denn so sicher? Die Farbe... Die... Der Geschmack... Die ist mit Sherry gekocht. Das würde keine Hausfrau zu Hause machen. Keine Hausfrau zu Hause... Also kein... Kein Haushalt kocht mit Sherry zu Hause. Und schon gar nicht, um eine Brühe abzuschmecken. Das macht keiner. Da ist Sherry drin. Und ich weiß jetzt... Und der ist sogar... Krause Petersilie? Ehrlich? Okay. Ich hab's jetzt nur... Krause Petersilie ist so... Also wenn mal irgendein Koch zuschaut... Und du bist kurz vorm Stern... Und du willst den nicht haben... Mach Krause Petersilie. Gehackt auf den Teller. Dann kriegst du den Stern nicht mehr. Aber die ist hervorragend gekocht. Die ist nicht geklärt. Das ist geröstet worden. Der Ochsenschwanz. Hier. Ja. Ja. Das ist doch eine Ochsenschwanz-Suppe, oder nicht? Ihr dürft mir das ja jetzt sagen. Das ist eine Ochsenschwanz-Suppe, ja. Vielleicht doch. Kennt man. Hat man schon mal gemacht. Danke. Aber... Nee, nicht... Wunschgericht. Echt? Die Person wollte unbedingt eine Ochsenschwanz-Suppe für dich machen. Ehrlich jetzt? Ja. Wir nehmen da eigentlich nie... Also, was heißt eigentlich? Wir nehmen da nie Einfluss drauf, was es für dich gibt. Wir sagen immer nur der Person Bescheid. Fragen hast du Bock. Und dann... Und dann hast du viel zu machen. Genau. Nur seit dem gewissen Vorfall... ...haben wir quasi die Regelung, dass wir vorher... Also für alle, die zuschauen, das ist der Kuttel-Vorfall gewesen. Genau, der Kuttel-Vorfall. Kuttel-Gate könnte man sagen. Kuttel-Gate. Seitdem geben wir nur die Info dazu, bitte keine Innere einzuverwenden, dir zuliebe. Danke. Aber ansonsten nehmen wir da wirklich keinen Einfluss drauf. Und die Antwort kam auch ziemlich schnell von der Person. Wer ist denn die Person? Ja, das musst du ja noch erraten. Also du musst ja wenigstens... Das ist ein Koch von uns. Du musst ja wenigstens... Aber wir haben ja schon... Eigentlich nur oder weniger bestätigt. Das ist ein Koch. So. Dadurch, dass das ein klassischer Koch ist hier. Also das ist so klassisch wie... Die Hemden meines Vaters. Ja? Nicht tailliert. Mit Manschettenknöpfen. Das ist so richtig alte französische... Entweder es ist der Dieter. Also der Dieter könnte das gewesen sein. So vom Stil her würde das passen. Ich weiß aber, dass der Dieter nicht gerne vor die Kamera geht. Der Raju macht das nicht. Der Alex ist gestern erst aus dem Urlaub wiedergekommen. Der Herr Fadaui war es auch nicht. Es könnte der Dirk gewesen sein. Wen haben wir denn noch? Der Malo könnte das auch sein. Der Malo ist auch ein klassisch ausgebildeter Koch. Der Herr Mertin ist nicht mehr da. Entweder Dirk oder Malo. Der König? Den habe ich gerade gefragt. Der guckte mich mit solchen Augen an. Also Dirk oder Malo? Ich sage Malo. Würdest du dich da fokussieren auf jemanden? Dirk ist nicht da. Der Dirk könnte sowas auch. Also wenn du davon ausgehst, wer da ist und wer nicht, der Malo ist nicht da. Wenn du das schon so sagst, dann ist das der Malo gewesen. Nein, das war der Malo. Ich bin Malo. Ich bin jetzt seit drei Jahren hier im Mermertal. Und habe für Stefan Schnieder heute meine Art der gebundenen Ochsenschwanzsuppe gekocht. Ich kam darauf, weil mir das Gericht beim ersten Mal in der Berufsschule wirklich begegnet ist. Und ja, ich habe gedacht, heute mache ich mal einen Klassiker für Stefan Schnieder. Und das war auch das erste, wo ich dich gefragt habe, was du machen willst. Das kam sofort. Das hast du Bock drauf gehabt auf jeden Fall. Ah, ich hatte Bock drauf. Und weh, weil ich selten gesehen habe, dass ihr im Video Suppe macht. Deswegen war das dann auch so ein Aspekt, mal was anderes machen. Ja. Ich bin gespannt. Ich denke mal, klar, eine Ochsdill kriegt er hin. Aber ich bin gespannt, wie er dann und die Schmack hier genau drankommt. Eine Ochsdill zu schaffen, denke ich, wird nicht sein Problem sein. Nein. Das ist definitiv. Nein, nein, nein. Ja, cool. Bin ich mal gespannt. Dann sehen wir uns gleich beim Probier-Männer-Fertiges mitkochen. Ja, machen wir. Alles klar. Bis dann. Aber du hast recht, ja. Malo hat das. Echt? Und er hat sofort gesagt, Ochsenschwanzsuppe will ich machen. Ja, muss ich sagen, welcher Sherry da reinkommt oder stellt ihr mir den richtigen hin? Ja, wenn du Sherry aufschreibst, kriegst du Sherry. Ochsenschwanzsuppe ist sowas Geiles, ne? Das muss man einfach mal sagen. Also für alle, die zugucken. Besser als jede Rinderbrühe. Okay. Ach ja. Ja, dann schreiben wir mal auf, ne? Wie ist das bei Ochsenschwanz? Bist du denn da jetzt, also ist das so ein Ding, wo du sagst, ja, alles klar, kein Ding? Oder also jetzt so ein... Also bei einer Ochsenschwanzsuppe geht es halt nur darum, ob die gebunden ist oder nicht gebunden. Und gebunden bedeutet, ob der Ochsenschwanz mit Mehl bestäubt wurde oder nicht. Ja. Ja. Normalerweise, ich würde tatsächlich eher eine Brühe nehmen, um das aufzukochen. Ja, also ich würde jetzt eine fertige Brühe nehmen, um da, um eine Ochsenschwanzsuppe zu machen. Wenn man die aber jetzt zu Hause machen möchte, und ich mache das jetzt heute bewusst so, dass es die Leute zu Hause auch nachmachen können. Ja, okay. Okay, das heißt, ich brauche Röstgemüse, also dann in dem Fall Möhren, Zwiebel, Sellerie. Ich brauche Gewürze, ich brauche Sherry. Und der Sherry ist maßgeblich, der muss dabei sein. Der muss einmal von Anfang an mit dabei sein. Es gibt Rezepte, die sind mit Weißwein gekocht. Und es gibt Rezepte, die sind nur mit Sherry. Das, würde ich sagen, ist nur mit Sherry. Ist das dann fruchtiger oder wie kann man... Süßer ist das. Du kannst es, also du hast ja wahrscheinlich ein großer Pott, den er gemacht hat, ne? Äh, es ist noch ein bisschen was da, ja. Wie groß ist der Topf, den er gemacht hat? Das, äh, weiß ich nicht, wie der Topf aussieht. Ich kann dir sagen, dass er das in der Tupperdose mitgebracht hat. Also noch so zwei Portionen sind noch da, ja. Ja, dann... Ja, das ist süß halt, ne? Also ich würde die jetzt stärker salzen, die Suppe. Aber grundsätzlich, ist das eine Brühe? Ne, also anstelle von Rinderbrustknochen nimmt man... Nimmt man einen Ochsenschwanz. Nimmt man einen Ochsenschwanz. So, und später, du nimmst den Ochsenschwanz nachher raus und suchst das Fleisch ab. Das Fleisch ist... Das ist mit Abstand das beste Fleisch, was man kriegen kann. Das ist super. Das stimmt, das ist auch noch ein bisschen was von da. Das ist mega lecker. Das ist butterzart, saftig. Geiles Zeug, ehrlich. Ja, hat er sehr gut gemacht. Ja. Sehr cool. Ja. Wenn ich aufschreibe, Suppen, Grün, muss ich das noch ausführen? Ein Gemüse ist eine Zutat. Gut. Möhren, Zwiebel, Sellerie. Und zwar würde ich da beides nehmen. Staude und Knolle. Entschuldige bitte. Sieht man nicht jetzt auf der Kamera? Komm her, setz dich! In meinen Ahnen, sieht man nicht. Ähm, Staude und Knolle, weil ich will das Grün haben. Ähm, den Ochsenschwanz habe ich. Sherry, Möhren, Zwiebel, Sellerie. Dann brauche ich Lorbeer. Nachholder. Salz. Pfeffer. Petersilie. Ochsenschwanz haben wir im Haus, ne? Leischerweise. Nein. Ist logischerweise da, natürlich. Ne, mit Weißwein hat er den nicht gemacht. Ich könnte mit Weißwein ansetzen. Ne, da ist zu wenig Säure drin. Für Weißwein. Ist so dunkel. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann auf der Kamera. Die ist halt sehr, sehr dunkel. Das liegt halt auch daran, dass die geröstet wurde. Also bist du gerade am überlegen, wie du die Farbe, oder, ja, weil du gerade so, ja, ich überlege, also der ist ja nicht so crazy und hat der Rotwein dran gemacht, das glaube ich nicht. Hey, die ist ganz, also, das ist eine richtig klassische, leckere Ochsenschwanzsuppe. Muss ich Wasser auch noch aufschreiben oder sowas? Nein, also Wasser, Salz, Pfeffer, so, das haben wir ja schon mal gesagt, das ist ja, oder wenn du Öl brauchst zum Anbraten, auch so, du willst ein bestimmtes Öl haben, das ist dann natürlich noch mal was anderes. Das ist nur die große Frage, oder hat der, der hat die nicht mit Mehl bestäumt, das hat der nicht gemacht. Also wenn man jetzt Mehl rösten würde, ne, dann wird die Farbe auch dunkel werden. Aber ich glaube, ich mache mir jetzt hier gerade wieder zu sehr einen Kopf. Was muss man überlegen? Jetzt gehen wir einmal kurz durch. Ochsenschwanz schneiden, anrösten, Möhren, Zwiebel, Sellerie dazu. Dann ablöschen mit Sherry. Wacholder, Salz, Pfeffer, Petersilie dazu. Würde ich noch irgendwas dazu machen? Habe ich noch irgendwas vergessen? Was würdest du noch dazu machen, Stefan? Also ich sag mal so, mir ist schon gerade was eingefallen, wo ich jetzt denken würde, das würde ich mit reinmachen. Liebstöckel würde ich nur mit reinmachen. Haben wir Liebstöckel im Haus? Ne, haben wir nicht. Habe ich das vergessen? Habe ich irgendwas? Habe ich echt zu... Bin ich, habe ich jetzt hier gerade ein Brett, oder was? Also ich habe mich, bei dem, was ich meine, habe ich mich jetzt an einer klassischen Brühe orientiert. Ich weiß nicht, ob es dann vielleicht da einfach weggelassen wird. Lorbeer, Wacholder, der klassischen Brühe. Hast du Lorbeer gerade vorgelesen? Ja. Dann habe ich das überhört. Habe ich hier aufgeschrieben. Tut mir leid, dann habe ich das überhört. Dann hat sich das schon erledigt. Weil ich meine, du hättest gerade nur Wacholder vorgelesen. Ne, Lorbeer und Wacholder. Sellerie in zweierlei Ausführungen. Die Frage ist, ob Weißwein oder nicht Weißwein. Macht es das schlechter oder macht es das nicht schlechter? Weißwein brauche ich nicht. Was würdest du sagen? Macht es das schlechter oder nicht? Du kannst es, also ganz ehrlich, so wie ich das kenne. Ich würde es nicht machen. Einmal mit Brühe angesetzt, wie du gesagt hast. Dann ist es ja quasi fertig. Dann machst du noch Sherry mit rein. Richtig fertig. Dann ist das ein fixes Ding auch. Genau. Muss man ehrlich sagen. Aber ich habe ja gerade bewusst gesagt, ich mache das extra nicht. Du kannst es, ich habe es auch schon mal mit Rotwein gesehen. Aber das habe ich ja gerade gefragt. Mit Weißwein habe ich es auch schon gesehen und auch selber gemacht. Wobei, Moment, stopp. Es gibt ja, es gibt ja viele verschiedene Sachen. Wenn der Malo das gemacht hat, der Malo ist ja so ein ganz großer Elsass-Fan. Das stimmt. Ne? Ja, das stimmt. Der liebt ja das Elsass über alles. Also wird er wahrscheinlich, ich schreibe Rotwein auf. Ich schreibe Rotwein auf. Was ja gut an der Sache ist, ist ja jetzt egal, ob du das jetzt mit einer Brühe machst. Mit Rotwein, Weißwein. Du kommst ja trotzdem immer sehr nah an das Hauptergebnis dran. Also an der Oxtail. Die baue ich dir so nach. Also die Oxtail, wenn du jetzt zum Beispiel drei verschiedene machst. Mit der fertigen Brühe, die wir vorgekocht haben im Kühlhaus immer. Oder mit Rotwein und dann eine mit Weißwein. Es ähnelt sich immer sehr, sehr stark. Das, was du halt gerade sagst, mit der Säure, mit der Nichtsäure. Das sind ja dann immer die kleinen Feinheiten, die du aber, wenn du dir eine bestellst, das jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hast. So, du gehst jetzt ganz anders da dran. Also von der Farbe her könnte ich mir vorstellen, dass er da einen Rotwein dran gemacht hat. Weil es schmeckt, wenn ich das jetzt weiter runterkochen lasse und das abbinden lassen, würde ich eine Soße. Dann hätte ich eine ganz feine Jus. Im Prinzip ist es ja auch bei einer Oxtail so der Weg. Ja, außer das Tomatenmark, das ist nicht dran. Du hast ja immer deine Knochen, das Gemüse. Dann Flüssigkeit zum Auffüllen. Egal, was du jetzt dafür nimmst. Ja. Ich würde sagen, das war es. Noch mal durchlesen, noch mal durchgucken. Ich brauche den Ochsenschwanz. Ich brauche Sherry. Ich brauche Möhren, Zwiebel, Sellerie. Sellerie in zwei Varianten. Einmal Staude, einmal Knolle. Ich brauche Lorbeer. Ich brauche Wacholder. Ich brauche Salz, Pfeffer, Petersilie und Rotwein. Wovon du gerade noch mal gesprochen hast. Ich weiß nicht, ob du das mit aufschreiben willst. Was du mit dem Ochsenschwanz machst. Ich schneide den. Meinst du Mehl bestäuben? Nicht, dass dir das dann hinterher fehlt und dann wieder. Habe ich aber gesagt. Steht jetzt aber nicht drauf. Ja, 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 du hast recht. Danke für den Hinweis. Also. Ja, wobei, die ist nicht geboten. Also, wenn er das gemacht hat, dann hat er das nur für die Fahrt. Dann streich es weg. Also, ich wollte nur sicher gehen, dass du jetzt nicht was vergessen hast. Also, das, was mich stutzig macht. Ich mache das jetzt hier einmal auf den Teller. Man sieht das vielleicht, wenn man das da drauf macht. So. Da sind ganz feine, ganz feine Partikel drin. Man sieht das. Entweder er hat halt eine. Und wenn ich sie jetzt hier drauf habe, ist die Viskosität hat sich geändert. Also sie ist nicht mehr so wie Wasser. Und das könnte dann ein Hinweis auf Mehl sein. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass Mehl dran ist, ist hoch. Ja, ist nicht verkehrt. Ich stäub das auf jeden Fall ab. Wenn nicht, passiere ich es ab und verlängere. Okay, Mehl habe ich aufgeschrieben. Sonst was? Nee, also Öl kriege ich ja so, ne? Genau. Nee, sonst nichts. Wenn du jetzt aber das im Vollmond gepflückte, keine Ahnung, Öl haben willst, gepresst mit, was weiß ich, das musst du natürlich extra aufschreiben. Ist das eins von, bei Vollmond gepflückt von einer... Ich wollte es nur gesagt haben. Blonden... Das ist beim Neumond gepflückt. Bei Neumond? Ach ja, gut, okay, das kriegst du ja überall. Ja. Also das Neumond gepresste, ja, das ist das gängige. Okay, vielen Dank. Aber ist es nicht. Ist es nicht? Nein. Okay, ist es nicht das gängige? Nee, das brauchst du nicht dafür. Ach so, okay. Ja, dann ist gut. Danke. Bis gleich. So, also, ich habe jetzt hier alle Zutaten zusammen. Hier ist Rotwein, hier ist Sherry, hier ist Mehl. Aber das, worauf es ankommt, tatsächlich ist ja hier der Ochsenschwanz. Und der Ochsenschwanz, man, ich lege das einmal hier zur Seite, so. Beim Ochsenschwanz ist es so, dass da ein erheblicher Anteil an Fleisch dran ist. Das heißt also, wenn man daraus eine Brühe kocht, wird die Brühe zwangsläufig sehr, 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 sehr fleischig. Also, bitte? Ähnlich wie eine Beinscheibe. Also es geht hier, geht halt so ein, ja, es ist ein Knochen, geht da durch. Und das hier ist alles, das ist feinstes Fleisch. Und man sucht das dann nachher ab. Also wenn das richtig schön geschmort ist, sucht man dieses Fleisch hier ab und gibt das dann als Einlage mit in die Brühe. Und wenn ihr einen Ochsenschwanz kauft und ihr damit noch nie gearbeitet habt, dann macht folgendes. Dann lasst euch den bitte vom Metzger schneiden. Wenn ihr das jetzt noch nicht, also wenn ihr das im Ganzen kriegt, weil ihr das irgendwie am Bauernhof gekauft habt und der Bauer sagt, komm, nimm mit. Dann zeige ich euch einmal, wie das geht. Das große Stück hier, das untere Stück, habe ich schon gemacht. Das ist immer ein bisschen Fummelei, aber das funktioniert hier oben genauso. Und zwar müsst ihr fühlen, hier sind Knochenhöcker. Klopft da einmal drauf. Kann man das hören? Ja. Ja? Das ist sauhart. Und dann danach kommt es weich. Hier ist es hart. Und da ist es weich. Man sieht auch schon, da könntest du jetzt einschneiden. Hier an der Stelle. Und das machen wir dann auch. Wir schneiden das da ein, wo es weich ist. Ne, ist nicht. Ist nicht. Einmal schauen. Da. Ne, ist er nicht tatsächlich. Da ist er. Dann schneidest du das durch. Und das machst du dann halt, bis du alle Gelenke getroffen hast. Gehst du halt hin und schneidest das durch. Hier auch. Okay. So. Das hier oben. Zack. Und den oberen Teil, den lasse ich ganz. So. Okay. Dann habe ich hier einen Topf aufstehen. Den machen wir einmal auf Vollgas. Öl. Nehmt nicht zu viel Öl, weil das ist relativ, also es ist relativ fettig. Das muss nur ein ganz kleines bisschen dazu. Und sag ich mal, der Vorgang des Ansatzes, also des Ansetzens, ähnelt tatsächlich auch wieder so einer dunklen Grundsoße. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt. Das, was ihr daraus macht nachher, wenn also alles drin ist, das ist vom Geschmacksbild her, ähnelt das einer kräftigen Bratensauce. Ne, halt nur dünner. Ne, also so soll der Geschmack nachher sein. Und das ist auch das, was der Malo gemacht hat. So, dazu brauchen wir Zwiebeln. Der Unterschied zu einer ganz normalen Brühe ist, weil wir jetzt hier das rösten, lasse ich die Zwiebelschalen weg. Normalerweise würde man bei einer Brühe die Zwiebelschale mit dazugeben, weil die Zwiebelschale gibt die Farbe der Brühe. Das ist jetzt hier in dem Fall nicht so. Also du machst dann die Farbe komplett übers Rösten? Ja, ich mache die Farbe übers Rösten. Wir haben ja auch ein bisschen Rotwein. Wir haben Mehl, wenn ich Mehl jetzt, also das vielleicht einmal zum Erklären. Es gibt ja zwei unterschiedliche Arten der Mehlschwitze, der Ruh. Es gibt ja einmal eine weiße Ruh und es gibt einmal eine dunkle Ruh. So, und die dunkle Ruh färbt auch logischerweise eine Soße dunkel. Ne, und auch eine Brühe würde die dunkel färben. Und Ruh ist der Fachausdruck für Mehlschwitze. Und wenn ich Mehl lange röste, wird das dunkel, aber nicht bitter. Ne, sondern es wird halt einfach nur dunkel. Ne, wenn ich es dann natürlich übertreibe, klar, dann wird es logischerweise bitter. Und ich stelle gerade fest, Salz und Pfeffer brauche ich. Das ist der Mörser, der daneben dir steht. André, das wäre sehr nett. Ja, klar. So. Dankeschön. Also, Salz und Pfeffer braucht ihr. Ihr würzt das wirklich kräftig. Das ist noch vom Pfeffersteak hier, Stefan. Ja. Der Pfeffer. So. Okay. Und dann auf der Schnittfläche in den Topf. Das lässt man jetzt von beiden Seiten und man röstet das von allen Seiten schön an. Sobald das eine schöne, gesunde Bräunung hat, sag ich mal. Also ihr bratet das ambitioniert an. Also nicht zu heiß, aber auch nicht zu wenig, bitte. So, jetzt habe ich hier Staudensellerie. Du hast dich jetzt dazu entschieden, Staudensellerie und Knollensellerie zu nehmen. Ja. Hab ich gemacht. Du hast vorhin nur gesagt, weil du das Grün haben möchtest. Ich möchte das Grün haben, ich möchte aber auch tatsächlich, ich möchte den Geschmack haben. Ich finde, die Staude vom Sellerie finde ich eigentlich sehr, sehr schön zum Kochen. Und gerade bei Brühen, sag ich mal, gibt das einen Körper, den wir sonst eigentlich so sonst nicht kennen. Wir kennen das halt nur, dass das nach Sellerie schmeckt. Aber wir können nicht identifizieren, ob das jetzt Knolle ist oder ob das das Grün ist. Und dadurch, dass diese Suppe so intensiv geschmeckt hat, würde ich tatsächlich immer die Staude mit dazu nehmen. Im Prinzip wächst die Staude ja jetzt hier oben raus. So, also im Prinzip, wenn ich jetzt die ganzen Sellerie verwende, dann nehme ich die Staude logischerweise mit. Logisch. So, genau. Du hast halt auch alles verwertet, kommt noch dazu. Genau. Jetzt schauen wir mal. Das hat noch nicht genug Farbe, würde ich sagen. Könnt es aber trotzdem, wir können es schon drehen. Drehen das jetzt. Drehst du es dann gleich nochmal? Ich dreh das dann nochmal. Also ich löste das jetzt gleich von allen Seiten an. Also ich röste das von allen Seiten, einfach damit wir halt auch dieses röstige Aroma dann da dran kriegen. Was dann nachher auch die Tiefe des Gerichtes ausmacht. Also das ist ja schon sehr, sehr, sehr voll. Ich gehe ein bisschen zurück mit der Hitze, weil ich halt nichts verbrannt haben möchte. Und wenn ich das jetzt gleich auf die Seiten drehe, also auf die da, wo das, also auf die Seiten lege, dann bestäube ich das mit Mehl und röste dann weiter. Und dann ist entscheidend, Gemüse dazugehen und dann auch nicht mehr weggehen. Nicht weggehen. Fatal. Weil nach Dunkel kommt schwarz. Ja genau. Oh, das sieht ja lecker aus. Oh, das ist aber bitter. Ja. Hä? Man kennt das. Genau. Jeder kennt das. Ist keine Schande. Ist jedem schon passiert. Und ja. Der Dirk ist hier gerade schon reingetanzt. Der sagte dann, er hätte da noch Tomate mit dran gemacht. Tatsächlich, er hat dem jungen Koch direkt nachgeguckt. Wie eine Ochsenschwarzsuppe gekocht wird. Und ja, tatsächlich wird sie mit Tomatenmark angesetzt. Also laut jungen Koch. Also im Lehrbuch der Köche ist das so. Wird sie mit Tomatenmark angesetzt. Aber ich habe da jetzt hier bewusst drauf verzichtet, weil ich nicht glaube, dass wir das brauchen werden. Denn es wird von sich aus kräftig genug sein. Und hier geht es ja auch darum, die Rezeptfindung von Marlow zu edeln. Ja genau, richtig. Da anzukommen und zu vermuten, wie er es gemacht hat. Ja. Zur Not hättest du ja aber auch noch Joker. Ja, zur Not hätte ich noch einen Joker. Aber es sieht heute so aus, als ob du da so richtig straight durchmarschierst. Bis jetzt bin ich ja nur ein einziges Mal durchmarschiert. Nur ein einziges Mal. Ja. Und das war beim Salah. Ja. Bis auf den Couscous-Topf. Mit dem hast du dich ein bisschen... Ja, okay. Sag es doch noch mal. Weißt du, ehrlich, ruft doch die Tagesschau an. War... War nicht. Dein Pizzabäcker ist umgefallen. Ach, oh. Entschuldigung. Mein Freund. Ja. So. Okay. Jetzt bestäuben wir das mit Mehl. Achtet darauf. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel Mehl nehmt. Sondern wirklich nur hingehen. Kurz bestäuben. Und achtet darauf, dass ihr das Fleisch bestäubt und nicht den Boden. So. Drehen wir das noch einmal. Drehen das auf die bemehlte Fläche. Wir haben es ja runtergedreht ein bisschen. Nicht vergessen. So. Jetzt bestäuben wir die andere Seite auch noch einmal. Das funktioniert übrigens auch mit Gulasch. Also wenn ihr Gulasch abbinden wollt von Anfang an, geht das da genauso. Ihr könnt das Fleisch anbraten und dann bestäuben. So. Kleines bisschen Öl geht da noch mal drauf. Jetzt wechseln wir von einer Zange zu einer Schaumkelle oder einem Servierlöffel. Also irgendetwas, womit man umrühren kann nachher. Und hier habt ihr das geschnittene Gemüse. Ich stelle gerade fest, der Topf ist vielleicht doch ein bisschen klein. Aber das kriegen wir hin. Kriegen wir hin, ne? Übrigens, warum wir hier stehen. Hier wird gerade wieder die Kühlung ausgebaut. Die Herren sind so freundlich und warten auf uns. Vielen Dank. Also achtet auch darauf, dass ihr zu Hause einen Topf habt, der groß genug ist, ne? Und saut da nicht so rum wie ich jetzt hier. Das restliche Gemüse, was hier jetzt noch drin ist, das gebe ich gleich dazu, wenn ich die Flüssigkeit dazu gegeben habe. Also Flüssigkeit im Sinne von dem Wasser. Wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig, ne? Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat, der gute Mann sagt, der kann nur Nudeln kochen. Nudeln kochen ist auch kochen. Das einzige, ob Miraculien machen, ist übrigens auch kochen. Auch ohne? Auch ohne? Ja. Okay. Also auch eine selbstgemachte Tomatensauce geht? Ja, das ist doch. So ist keine selbstgemachte Mehl. Das ist ja easy. Mehl und Wasser. Das Problem ist ja nicht der Teig, sondern das Schneiden meistens, ne? Ja, war gut. So, jetzt habe ich hier Rotwein und Sherry. Ich gebe jetzt gleich auch zum Ablöschen gebe ich Sherry dazu. Es gibt sogar tatsächlich Rezepte, die werden mit Cognac gemacht. Meine Mutter steht da hinten. Wenn man das, jetzt sagen wir mal, wir wären jetzt in der französischen Küche und wir hätten jetzt hier eine Kupferkasserole und wir würden jetzt das besprechen, was wir vorhin besprochen haben. Also aller Minüt mal eben schnell für alle Kochleute, die zuschauen, Kollegen. Ihr müsst das schnell machen. Ne? Okay? Du hast einen Tafelspitz irgendwo kochen, du pflückst den auseinander, setzt das eben kurz in der Kupferkasserole an, flemst das mit Cognac ab, gibst ein bisschen Sherry dazu, füllst das mit Brühe auf, kochst es einmal auf und schickst die Suppe. Ochsens Schwanzsuppe. Natürlich gefaked, klar. Aber du hast sie damit... Aber sehr schnell. Richtig. Du hast sie mit einer fertigen Brühe gekocht, ne? Und wenn man mal ehrlich ist, das ist jetzt hier ein Aufwand, der natürlich in der Profiküche bei uns ist das jetzt... Das läuft nebenbei. Beim Ansatz jetzt hier musst du dabei bleiben, aber alles andere sage ich jetzt mal, kannst... Für mal eben zu Hause ist das schon sehr aufwendig. Für zu Hause ist das schon eine Nummer, ne? So. Ja. Das reicht. Weiter rösten möchte ich das jetzt hier an der Stelle gar nicht. Das sieht jetzt schon aus wie ein, sagen wir mal, wie ein lecker Eintopf, ne? So soll es aussehen. Jetzt geht ihr hin, Sherry. Und für alle Umstehenden hier wird das jetzt gleich, das wird sehr gut riechen. Klar, wenn ihr jetzt natürlich Tomatenmark dazugegeben hättet oder ganze Tomaten, ne? Das geht. Dann würde sich jetzt natürlich nochmal die Farbe ein bisschen ändern. Und ihr hättet noch ein... Es hätte ein volleres Aroma. Aber durch den Alkohol, den wir jetzt dazugegeben haben und das, was wir hier drin haben, wird das nicht notwendig sein. Gehe ich schwer von aus. Ja. So. Ihr werdet zu Hause nicht den Topf nehmen und kippen und gucken, ob jetzt da irgendwie... Ob da die Flüssigkeit noch drin ist. Erstmal ist das Ding sauheiß, ja? Und zweitens ist das tatsächlich wenig praktikabel. Aber es gibt einen guten Indikator, um herauszufinden, ob jetzt die Flüssigkeit weg ist oder nicht. Und das ist das Geräusch. Nicht vergessen und nicht verarschen lassen. Das Gemüse verliert jetzt auch eine ganze Menge Wasser. Heißt also, das Geräusch, was ihr vorher hattet, beim Rösten, das muss gleich auch wieder da sein. Und das erreicht man halt, wenn der Alkohol weg ist, also der Sherry weg ist. Dann geht ihr hin und füllt das dann mit dem Rotwein auf. Beziehungsweise löscht das dann noch einmal ab, lasst es auch nochmal verkochen und dann wird mit Wasser aufgefüllt. Oder wenn ihr zu Hause habt, Brühe. Aber Brühe muss nicht sein, weil das, was wir hier kochen, ist ja eine Brühe. Hast du aufgezeigt? Nein. Hier wird aufgezeigt, ne? Nein, nein, alles gut. Will ich nur mal eben sagen, aufzeigen, dann kommst du auch dran. Okay. Nicht einfach reinreden. Auch wenn du in der ersten Reihe stehst. Das ist aber auch schon wieder fast ein Tipp, dein Laubeer und so, hast du schon mit drin oder? Ne, das kommt zum Schluss rein. Okay. Nicht, dass das... Aber das wäre so eine typische Nummer gewesen, ich habe das einfach eiskalt vergessen. Also, das schmeckt irgendwie ganz komisch, das schmeckt irgendwie nicht so, da fehlt doch was. Und dann so, brah. Ja, genau. Hier stehen die Gewürze. Hast du das eigentlich da drin? Nein? Hat mir da nicht mal was mit dem Käse auch? Bitte was? Mit dem Käse, wo die Maria was für dich gemacht hat. Oh. Das war sehr traurig. Da habe ich mich sehr geärgert, ja. Aber gut. So, also es wird wieder lauter. Sie hören das auch. Es wird wieder lauter. Okay. Ich muss es einmal hier bestätigen lassen. Jetzt geht hier hin, nimmt Rotwein. Man könnte auch Portwein nehmen. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob der Marlow Portwein... Ah, komm, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Man könnte auch Portwein nehmen. Portwein hat den großen, großen, großen Vorteil, dass der deutlich süßer ist. Hat einen erheblichen Nachteil, und zwar den, dass Portwein einfach... scheißteuer ist. Aber für das Gericht am Ende des Tages ist es geiler. Also der Portwein macht das Ganze ein bisschen leckerer. Wenn ihr sagt, ihr wollt das Beste aus zwei Welten haben, nehmt einen halbtrockenen Dornfelder. Für dieses Gericht. Nicht für dunkle Soßen, sondern für dieses Gericht. Einen halbtrockenen Dornfelder. Ihr habt einen Wein, das heißt der Wein hat Säure, und ihr habt einen halbtrockenen ausgesucht, das heißt er hat eine gewisse Restsüße, und das Schöne ist, Dornfelder hat eine geile Farbe. Merlot zum Beispiel wird häufig den Cuvée-Wein zugemischt, weil es halt einfach eine schöne Farbe hat. Hat überhaupt gar nichts mit seltener mit dem Geschmack zu tun. So, hier habe ich Fond Blanc, oder auch genannt Wasser. Und hier habe ich die Gewürze, Lorbeerblätter. Für die Menge gehen jetzt eins, zwei, drei, vier Lorbeerblätter rein und ein Esslöffel Wacholder. Nicht in den Röstvorgang mit rein, das würde euch verbrennen, das ist getrocknetes. Wenn ihr jetzt frischen Wacholder hättet und frischen Lorbeer, bräuchtet ihr erstmal weniger. Und dann hättet ihr das von Anfang an mit dazugeben können. Wenn man noch eine gewisse Süße erreichen möchte, also ich habe jetzt gerade von dem Wein geredet, aber wenn man jetzt beispielsweise einen sehr, sehr säurehaltigen Wein hat, und ihr wisst, dass ihr den zu Hause habt, könnt ihr auch die Menge an Zwiebeln und an Möhren und Sellerie erhöhen. Das sind sehr, sehr süße Gemüsesorten, also von daher ist das alles eigentlich kein Problem. Wir lassen das zwei, drei Minuten kochen, bis das also ein wenig reduziert ist. Das muss nicht wieder runter bis zum Röstvorgang, also es muss einfach nur runterkochen. Dann füllen wir es mit Wasser auf, Deckel drauf, kleine Flamme, locker eine Stunde, anderthalb, nichts machen. Hingehend zwischendurch mal umrühren. Ihr braucht das Eiweiß oben nicht abschöpfen oder so, weil das sowieso eine gebundene Suppe ist. Gebunden bedeutet mit Mehl bestäubt. Ihr müsst da nichts machen. Das ist wirklich, es ist eine sehr simple, aber am Ende des Tages eine sehr, sehr effektheischende Suppe. Also wenn jetzt irgendeiner zuschaut, der vom Kochen gar keine Ahnung hat, und der sagt, Schatz, heute Abend mache ich dir eine Ochsenschwanzsuppe, eine Oxtail. Ja, und wir haben auch gesagt, wir machen noch einen Chester irgendwie sowas, oder? Wenn du willst. Ja, für mich jetzt. Für mein klassisches Gedankengut hätte ich das gerne, ja? Ja. Also das heißt, wir machen da nachher noch so ein Blätterteichplätzchen dazu. Normalerweise würde man eine gedrehte Käsestange dazu machen. Ist aber Fummelei, ich zeige euch, wie es anders geht. Okay, so. Also diese Dominanz von dem Rotwein, die ist jetzt weg. Ich zeige das noch einmal. Wenn du den auf Vollgas hast, den Ofen, bleib mal da, wo du jetzt bist. So, und dann sieht man gleich, wenn ich jetzt die Flamme runterdrehe, wie Dampf hochsteigt. Und den, den, den nimmst du dann, ja? Und, okay, passt. Hat das noch dieses Beißen, dass man sagt, das tut dem Auge weh. Okay, dann weiterkochen lassen. Hat es das nicht mehr, Wasser drauf. Wasser drauf. Füllt das bis oben hin. So. Rührt einmal durch. Jetzt sieht man auch, hier oben setzt sich das ab. Also, man sieht jetzt, dass ich das Mehl hier oben absetze. Schau mal. Das schwimmt nach oben. Lassen wir das jetzt einmal aufstoßen. Dann drehen wir es klein. Und dann machen wir Deckel drauf. Also. So, jetzt sieht man das hier oben. Jetzt setzt sich halt der Schaum ab, wie bei einer Brühe halt auch. So, guck mal. Also, der Reflex der Köche ist, das halt wegzunehmen. Also, ich nehme das jetzt hier so ein bisschen ab. Und warum hat man sich jetzt dazu entschieden, das dann doch zu machen? Ah ja, das ist so. Oder so für dich so. Ja. Okay. Weißt du, das ist so. Weiß ich nicht. Das ist so der Bling-Bling-Effekt. Das muss ein bisschen glänzen auch und muss hübsch sein. Das wird nachher nicht auffallen. Aber trotzdem. Das wird jetzt auch nicht die. Das wird die Brühe jetzt nicht großartig verändern, die Suppe. Aber. Und. Ja, aber doch für mich doch. Ich möchte das gerne. Ich möchte das gerne. Ich mag das. Und wenn ihr das, wenn ihr die Zeit und die Lust und die Muse zu Hause habt, dann macht das bitte auch. So wie ich. Sei wie Stefan. So. Gerade kam hier die Frage auf, warum, wenn ich jetzt, gerade beim Röstvorgang habe ich zurück, ja, dann fällt die Luft, die ja, ne, fällt wieder zurück und der Dampf kann schneller hochsteigen. Das heißt, er kann, kann langsamer hochsteigen und kann sich dann quasi hier sammeln. Das ist halt schon eine schöne, schöne Sache, wenn du halt so eine Geruchskontrolle machen willst. Aber das halt nur so zum Effekt. Also das heißt, wenn ihr das, wenn ihr diese Geruchsprobe machen wollt, dann müsst ihr halt danach riechen. Also müsst ihr immer. Wenn ihr die Geruchsprobe machen wollt, dann müsst ihr halt die Flamme zurückdrehen. So. So ist das. So. Okay. Also. Ich habe das jetzt auf klein gedreht und ich mache da jetzt einen Deckel drauf und lasse den halb drauf. Ich mache den nicht komplett drauf, sondern ich setze den so versetzt drauf. So. Dass da noch ein bisschen Luft raus kann, dass die nicht erstickt und dass die auch nicht zu wild kocht. Okay. Aber jetzt, ihr schaut dann so alle Viertelstunde, schaut ihr mal danach. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Herzlich willkommen zurück. Also, die Suppe kocht hier weiterhin fleißig vor sich hin. Mir ist gerade aufgefallen beim, also mir ist nicht nur aufgefallen, sondern ich habe es gerochen bei der Suppe, die der Malo gekocht hat. Ich möchte einen Joker einlösen. Ich möchte gerne. Der ist für? Das ist doch kein Tauschjoker. Das ist ein Tauschjoker. Genau. Aber den Joker willst du für was benutzen? Thymian möchte ich gerne haben. Thymian? Ja. Okay, dann hole ich Thymian. Danke. Frischen bitte. Ja. Okay. So, ich habe ja gerade schon angekündigt, normalerweise macht man da noch so eine Käsestange dazu. Man würde normalerweise einen englischen Käse dazu verwenden. Ja, wir haben jetzt hier keinen, deswegen nehme ich Gouda. Ihr braucht Blätterteig. Da verteilt ihr den Käse drauf. Magst du die Käsestangen, Stefan? Ich werde sie auf jeden Fall probieren. Ich habe sie früher, das war das Einzige, was ich gegessen habe. Okay. Wenn einer bei uns in der Familie eine Oxtail bestellt hat, dann habe ich mir diese Käsestangen immer reingeschraubt, weil das das Beste war tatsächlich immer. So, und diese Käsestangen sind so eingedreht. Also, ich zeige euch das einmal. Jetzt nehmt ihr den anderen Blätterteig, lege ich den da oben mit drauf, drückt das an. Nehmt, falls vorhanden zu Hause, euren Meinungsverstärker und rollt das in eine Richtung aus. Nicht in zwei Richtungen, nur in eine. Bitte, das reicht völlig. Okay. So, dass der Käse, der da drin ist, von beiden Seiten angedrückt ist. In der Küche schneiden wir die Enden gerade. Das heißt, das hier ist quasi über. Hast du noch mehr Thymian, außer das kleine Zweiklein? Ja, habe ich. Möchtest du noch mehr? Ne, wir fangen erst mal an. So, Thymian geht rein. Der Joker ist für dich. Jetzt schneidet ihr so Stangen da raus. Und dann werden diese Stangen so eingedreht. Und dann gebacken. Das ist übrigens ein Blätterteig und kein Plunderteig. Der Unterschied zwischen, etymlicherweise denken immer ganz viele, dass es das Gleiche ist. Ist es nicht. Der Unterschied zwischen einem Blätterteig und einem Plunderteig ist folgender. Ein Blätterteig wird gemacht aus Mehl, Wasser und Butter. Ja, also Mehl und Wasser wird vermischt. Es wird ein Teig hergestellt. Und dann nimmt man ein Stück Butter und klemmt das quasi zwischen diese, legt das auf den Teig und faltet den. Eins, zwei, rollt den aus. Wieder eins, zwei, ausrollen, eins, zwei, ausrollen. Und so weiter. Und dann passiert folgendes. Die Butter macht aus den einzelnen Schichten des Teiges Blätter. Bei einem Plunderteig ist der Teig ein Hefeteig. Das heißt, ihr habt einmal das Backtriebmittel Butter, was also die einzelnen Schichten macht. Und die einzelnen Schichten bei einem Plunderteig sind noch weich und fluffig durch die Hefe. So, jetzt machen wir das einmal so. Wir schneiden das vernünftig. Hälfte. 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 Mir ist das jetzt noch zu dick hier. Schaut mal. Das ist mir noch zu breit. Deswegen gehe ich hin und schneide die noch einmal durch. Also es wird eine sehr, sehr, sehr ergiebige Sache hier. Werden die eingedreht und dann werden die bei 180 Grad Umluft gebacken, bis sie goldbraun sind. Der Käse ist dann geschmolzen. Der Blätterteig ist knusprig. Die werden so ein bisschen auseinander gehen. Das ist aber nicht schlimm. Das ist genau das, was ihr wollt. festhalten, drehen, drehen, drehen. Zweimal. Zack, ausblech. Drehen, drehen, fertig. André, wie ist das? Hast du da immer eine Liaison drauf gemacht oder ohne? Ich habe das ohne immer gemacht. Da sind wir beide uns recht einig. Weil, ja, kannst du machen, aber das ist, glaube ich, ja, weiß ich, weil gedrehten kriegst du es auch nicht vernünftig verteilt. Also für eine Liaison, nur, dass ihr das wisst, das ist Sahne vermischt mit Eigelb. Hört sich immer ganz toll an, aber es ist nur Sahne und Eigelb. Aber macht den Glanz schön. Macht den Glanz schön. Noch nicht mal so sehr für den Geschmack, sondern wirklich mehr für Optik, finde ich. Genau. Es wundert mich, dass der Malu keine, keine Käsestange gemacht hat. Ich hätte fest damit gerechnet, dass er eine macht. Jetzt, also wo ich jetzt weiß, dass er das war. So, die anderen mache ich auch noch fertig. Die gehen jetzt bei 180 Grad in den Backofen. Wir holen jetzt, wir fangen jetzt an, die Suppe zu passieren. Dafür nehmen wir den Ochsenschwanz raus. So sieht das aus. Das Fleisch legen wir zur Seite. Es ist wichtig, dass ihr das abkühlen lasst. Das ist aber zart. Guck mal hier. Ja? Lasst es abkühlen, dann lässt es sich leichter pellen. Dann passieren wir das. Dann lassen wir das noch reduzieren. Mit ein wenig Sherry. Das heißt, ich brauche gleich noch mal ein bisschen Sherry. Ja. Den Thymian würde ich tatsächlich auch noch ein bisschen mitkochen lassen. Aber das Gemüse. Muss da raus. Könnte das jetzt noch einmal anbraten, tatsächlich. Oder noch mal in den Backofen schieben und dann noch mal richtig rösten. Das wäre auch noch mal eine interessante Sache. Aber das machen wir jetzt nicht. Dann hole ich dir eben schnell den Sherry, ja? Ja, bitte. Das wäre nett. So, ich stelle mal einmal zur Seite hier. Dann haben wir hier einen. Meinst du dann vom Thymian her? Kommst du jetzt hin oder brauchst du gleich noch was? Muss ich noch einmal probieren. Also von der Süße her würde ich sagen, habe ich jetzt schon. Das Einzige, was ich halt noch nicht habe, ist die Farbe. Ja, da komme ich dran. Da komme ich dran. Okay. Auf jeden Fall. So. Jetzt brauche ich noch. Ah, da. Ich nehme jetzt hier ein feines Sieb. Also so eins. Und werde das dann umfüllen. Fülle da mal aus. So. Und dann. Geht das? Füllen wir das um. Sieht man auch, dass die Ausbeute tatsächlich gar nicht so hoch ist, wie man das meint. Ich zeige das einmal. Ihr habt ja jetzt den großen Topf da gesehen. Das ist das, was nachher übrig bleibt. Deswegen ist eine Oxtail halt nun mal echt ein. Das ist kein Ding, was du mal eben, sag ich mal so nebenbei an einem. Was du einfach so raushaust wie eine Hochzeitsuppe. Sondern das ist schon, das ist schon was etwas Feineres. Und halt auch, sag ich mal vom Aufwand her etwas wertvoller. So. Jetzt machen wir anders. So. Ich nehme das Gemüse dann noch mit. Ich drücke das Gemüse hier noch so ein bisschen an. Es ist halt echt noch Power drin. Wenn ihr das jetzt zum Beispiel für zu Hause, wenn ihr jetzt sagt, nee, ich hau das jetzt weg. Macht das nicht. Also ich weiß, ich habe das bei der dunklen Grundsoße, habe ich das gesagt, dass man damit jetzt nichts mehr machen kann. Aber tatsächlich, was man machen kann, wenn man das möchte. Ihr könnt das mixen, ganz fein. Ja. Und dann als Gewürzpaste nehmen. Für Soßen oder sowas, für Tomatensoßen oder was weiß ich. Um das halt dann nochmal abzuschmecken. So. So. Jetzt nochmal rein. Und der letzte Rest vom Schützenfest. Geht auch noch rein. Stellen wir das auf. Probieren jetzt nochmal. Den Scherri habe ich dir drüben hingestellt. Ja. Danke. Ja. Danke. Willste. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Der Malo ist jetzt gerade hier aufgetaucht. Der beobachtet mich jetzt. Ist gerade seinen Dienst angefangen. Ja. Ja, geil. Ich habe mich gefreut. Oxenschwanzsuppe finde ich mega. Richtig gut. Ja. Weil es auch so ein Ding ist, macht halt kaum noch einer. Genau. Ja. Ja, egal. Ich warte jetzt, bis das hier ein bisschen abgekühlt ist. Dann suche ich das Fleisch ab. Dann kommt das noch dazu. Ich mache jetzt ein kleines bisschen Salz da rein. Aber wirklich nur ein kleines bisschen, weil das reduziert jetzt. Das heißt, die Suppe wird relativ kräftig werden. Und was der Unterschied auch noch sein wird, meine wird ein kleines bisschen heller sein als seine, aber nicht viel. Also ein kleines bisschen wird sie heller sein und sie wird ein wenig sämiger sein als die vom Malo. Was meinst du, warum die jetzt ein Tattoo heller ist? Kannst du das? Weil ich wahrscheinlich nicht so stark geröstet habe wie er. Oder er hat mehr Rotwein genommen. Das könnte auch sein. Oder er hat einen anderen Rotwein genommen oder wie auch immer. So. Auf die Menge, die jetzt da drin ist, das sind ungefähr anderthalb Liter, geht jetzt noch ein Rosmarinzweig. Zwei. Thymia. Thymia meine ich. Entschuldige bitte. Und ein bisschen Salz. Nachsalzen kann ich immer noch. Lassen wir das noch so fünf bis sechs Minuten reduzieren. Zehn Minuten vielleicht noch. Und da geht eine Spur Sherry noch rein. Also das sind jetzt hier acht CL ungefähr. Vier CL gehen rein. Mitkochen lassen. Und in der Zwischenzeit suche ich das hier ab. Also wenn ihr das nehmt hier, schaut mal. Das Fleisch könnt ihr so da rausnehmen. Und dann macht ihr das klein. Wenn das jetzt sehr heiß sein sollte, wie bei mir, könnt ihr das auch mit einem Löffel oder mit einer Gabel absuchen. So. Aber dann zeigt sich dann nachher, dass der Knochen dann halt schön hier, da ist der Knochen. Den natürlich nicht mitnehmen, ist klar. Hast du die probiert von ihm? Ja. Ja. Andere probiert jetzt. Ja, kommt schon hin. Ne? Ist mal nah dran. Aber ich brauche den Sherry bei ihm, ja. Ja klar, der ist, aber so, ich hab, das war jetzt für mich der Reflex, der Andere hat gerade gesagt, der schmeckt den Sherry mehr. Auf jeden Fall. Für mich ist das, ich brauch diesen Sherry-Geschmack, ne, sonst kann ich das nicht als, also ich hab seine als Oxtail identifiziert, aber die hier ist, ähm, die ist ein bisschen kräftiger noch, ne, also seine ist ein bisschen, ja, ein bisschen milder, eleganter vielleicht noch. Das Originalrezept hast du ja noch nicht gesehen, weil du ja noch nicht fertig bist, aber die Zuschauer ja schon. Ja, ehrlich? Ach ja, stimmt, die haben das gesehen, ja, 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 die haben das gesehen, ja. 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 Ich zeig dir das gleich. Okay. Ich hole schon mal den Malo, oder? Zwei Minuten noch und dann, ja, kannst du holen, ja? Ja, ist klar. So, ich nehme den Thymian da raus jetzt und gebe dafür, äh, das Fleisch dann dazu. Ja, ja, das Fleisch kommt da rein, jetzt und wird noch mitgekocht ein bisschen, für ein paar Minuten. Sherry lasse ich noch weg. Käsestange hole ich jetzt, ja, und dann kannst du den Malo holen. Okay. Das ist der, nehmen wir einmal den Vergleich, das hier ist meine gebundene Oxtail, das ist seine gebundene Oxtail. Diese hier, ich vermute ganz stark, dass er die durch ein Tuch passiert hat, ne, deswegen ist die, könnte leicht sein, dass die so klar ist, ne, aber hier, die ist ja, ich habe gesagt, ich mache eine gebundene, das ist eine gebundene, die ist jetzt fertig, vom Bild her, würde ich sagen, also von der Farbe her, wie die jetzt passiert hätten, würde das ungefähr gleich hinkommen. Oder er hat sie nicht gebunden, wobei, oder er hat Stärke oder sowas genommen, das kann auch sein. Du bist jetzt komplett fertig, ne? Ich bin fertig. Er hat sie mit Stärke, leicht angebunden. Er hat sie mit Stärke gebunden, ne? Ja. Ja, dann bleibt die klar, oder klar, ja. Das ist hier eine gebundene, ne? So. Und da du ja fertig bist, er hat auch keinen Sherry benutzt. Sondern? Nur Rotwein? Ja, Hortwein und Rotwein gemischt. Ah, okay. Ja, dann. Daher die Süße, die du gespeckt hast. Ich habe dafür eine Käsestange gemacht. Okay. Und dann hole ich ihn jetzt? Ja. Und ich esse einfach was von der Käsestange. Mmh. Guck mal hier. Käse genau dazwischen, ne? Knusprig. Ich habe noch eine Käsestange gemacht, Herr Gieser. Oh. So. Ich habe schon gesagt, ich habe zwei Fragen. Erstens, haben sie die durch ein Tuch passiert? Ja. Erstmal fantastisch. Die war wirklich sehr gut gekocht. Ja, danke. Wirklich, wirklich gut. Danke. Ich nehme das mal runter. Ja. Ich habe sie als gebundene Oxtail identifiziert. Ja. Es sollte eine sein, ne? Aber sie haben nicht mit Mehl gebunden. Nein. Sie haben Speisestärke genommen. Das erklärt, warum die so klar geblieben sind. Ja. 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 Geschmacklich würde ich jetzt sagen, bin ich nah dran. Wobei ich jetzt schon gehört habe, sie haben keinen Sherry genommen, ne? Nein. Ich hätte Sherry genommen, weil ich sie auch so kannte, also gelernt habe. Ja. Ich hätte bloß keiner da. Deswegen habe ich sie einfach weggelassen. Und ja, bin ich ehrlich. Ja, ist ja richtig so. Also da ist jetzt Sherry dran. Auf jeden Fall. Ja, aber man sieht es halt schon, dass sie halt nicht mehr so klar ist. Nein, sie ist gebunden, ne? Ja. Es ist eine gebundene Oxtail, ne? Die würde ich schon fast eher als klare identifizieren. Ja. Geschmacklich ist sie top. Ja, ja. Sie muss da dran, ne? Ja. Ich finde bei dem Fleisch als Einlage absolut gleich. Schön saftig noch das Fleisch, aber auch dieses weiche, zarte Fleisch. Ja. Ich finde ihre besser, bin ich ehrlich. Aber es ist nicht das, was ich vorgekauft hatte. Richtig, das ist nicht das, was sie vorgekauft haben. Und deswegen. Und auch von der Optik her, weil... Nein, ist nicht. Ist nicht, ist klar. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich war der Meinung, sie haben Mehl genommen. Ja. Da war ich fest von überzeugt. Aber, ne, sie haben Stärke genommen. Ja. Deswegen ist ihre klar. Ja, sie haben recht. Deswegen. Also geschmacklich finde ich die richtig gut. Und halt auch fast wie meine. Also da ist minimale Abzüge nur. Ich nehme jetzt einfach nochmal Löffel. Könnt ihr aufessen. Ich habe auch noch eine Käsestange gemacht. War die Herausforderung nicht groß genug? Ne, das hat damit nichts zu tun. Ich hatte Zeit. Klar. Ich habe aber auch noch ein paar Panikstäbchen da, falls die nichts geworden wären. Nein, äh, geschmacklich finde ich die richtig gut. Also ich würde da viereinhalb von fünf geben. Aber halt. Dankeschön. Die Optik. Da bin ich halt nicht deine Meinung. Das ist ein Punkt. Und deswegen. Ja. Würde ich auch so sehen. Ja. Aber trotzdem. Wirklich. Sehr, sehr lecker gekocht. Vielen Dank. Dankeschön. Danke euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020